Was gibt es schöneres als nach einer ausgiebigen Shoppingtour und Stadtbesichtigung Meran gemütlich in einem schattigen Biergarten zu entspannen? Genau das gönne ich mir heute und zwar im Augustiner Biergarten direkt unter den Meraner Lauben. Hier werden zünftige bayerische Schmankerl und Südtiroler Spezialitäten serviert. Ein frisch gezapftes kühles Augustiner Bier darf natürlich im gleichnamigen Biergarten nicht fehlen. Täglich erfolgt dafür um Punkt 12 der traditionelle Fassanstich. Aber auch viele andere verschiedene Biersorten stehen zur Auswahl. Neben diesem versteckten Plätzchen im Freien laden auch urige Stuben dazu ein, gemeinsam mit Freunden oder der Familie entspannt zu verweilen. Der Augustiner Biergarten mitten im Zentrum von Meran ist ein Wirtshaus mit Tradition, das auf jeden Fall nicht nur Bierliebhaber überzeugt.